Ich weiß, dass du hier bist. Ich wische mir nachher dein Blut ab! Ich bin ein Blut ab! Du bist ein Blut! Du bist ein Blut! Wir haben jemanden verloren. Noch ein Opfer. Hey, und woher bitte willst du hin? Ah, das war ja nichts. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich weiß, ich sag schon wieder die ganze Zeit nichts zu tun, so im Spiel wieder drinnen in den Fluss. Ich weiß nicht, was ich immer sagen soll. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, ich mach jetzt eh gleich eine Pause. Irgendwie ist das jetzt zu viel. Das ist so ein Spiel, da musst du echt mal Pause machen. Das kennst du nicht. Das war's für heute. 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 Wir sind nie. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kenne Leute wie Jindosh. Gestörte Kinder, die Katzen aufschneiden, um mal reinzusehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jindosh, es wird Zeit für Ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov.